ARD Text im Auftrag von Funk Hier, guck dir das mal an. So sehen die alle aus. Ich kann mir jeden einzelnen Vorgang noch mal ziehen, den der gemacht hat. Ach, deswegen soll ich hier kommen? Ich dachte, wir wär so ein bisschen... Boah, und die ganze Zeit drückt der mir so ne Showbysprüche und dann das da. Da kannst du echt mal mit deinem Typen reden. Ja, was heißt MEIN TYPEN? Also Hauptverantwortlich ist ja jetzt erst mal die Tande, ja, ne? Hm, das ist so typisch. Ja, aber du hast natürlich recht. Ich will mir den Schnapp und ihm sagen, dass das so nicht geht. Ja, danke, das ist sehr nett. Na, hier. Na, Knackarsch, ne? Hier, nehmen wir heute zu Mittag. Lass mal den Gernot. Ja, komm, ich mach das schon. Also Freundchen, so geht's natürlich nicht. Was denn? Ja, hier mit dem... Sag mal! Sag mal, äh... Jetzt lassen Sie den Gernot in Frieden. Wir können sonst auch mal Arm drücken. Ja? Ja. Da haben Sie aber auch die beiden richtigen Betroffene hier, ne? Klassentreffen, der Aktion Sorgenkind. Was? Du lässt jedenfalls deine Hand von meinem Hintern. Das ist klar. Hör mal, was war das gerade von dir? So, darum ging's hier. Das wollte ich sagen. Jetzt pass mal, jetzt gehst du erst mal rein. Ich meine, ihr wartet... Ja, Moment. Ihr macht jetzt... Ja, komm, Abflut. Es ist mir scheißegal, ob die das hier zeigen. Äh, also komm, Freundchen, wir reden jetzt mal Klartext. Ja, Wichser. Klartext genug. Also... Ach! Ach! Ach. Ach. Ach! Ach. Ach. whatnot! Ist der Graf? Warst du schon eingelebt hier? Mist, bleibt Mist, auch wenn man den Bauer noch wechselt Ja! Ich sag mal unter der Hand, ja, ich... Also nicht unter... Ja, unter uns, ne, ich würd mich hier... Ich würd mich hier nicht totarbeiten Arbeitstechnisch ist das hier eher wie Urlaub, ne?